21 21 22 23 32 31 32 32 33 33 33 34 34 35 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 45 45 46 48 49 48 49 49 Die boskonischen Flotte öffnete sich, und die Bosconier setzten ihren Anflug fort – ins Nichts. Doch sie stoppten nicht, denn ohne Befehle durften sie die Anflugformation nicht ändern, und ihr Flaggschiff schwieg. Die Kommandeure versuchten vergeblich, mit der Befehlszentrale Verbindung aufzunehmen. Vielleicht wunderten sie sich kurz über die Art der technischen Störung, die ihr Flaggschiff zum Schweigen verurteilte, doch sie hatten ihre Befehle, die eine Vernichtung Clovias vorschrieben. Also hielten sie ihren Kurs, bereit, jeden Gegner, der sich ihnen in den Weg stellte, zu überrennen. Doch die boskonische Streitmacht stieß ungehindert ins Leere. Als Admiral Haynes den Augenblick für gekommen hielt, verdunkelte sich plötzlich Clovias strahlende Sonne, bis sie kaum noch zu sehen war. In dem von dem Patrouillenschiffen geräumten Sektor leuchtete Sekundenbruchteile später der Strahl des Sonnenprojektors auf, der von einer Energiemenge getragen wurde, wie sie aus der Umwandlung von vier Millionen Tonnen Materie pro Sekunde hervorgeht. Schiffe aller Klassen, die von dem Strahl ergriffen wurden, blitzten kurz auf und verschwanden. Es gab und gibt keine wirksame Abwehr gegen den Energiesturm eines Sonnenprojektors. Nur die von den Boskoniern mitgeführten Geschossplaneten blieben aufgrund ihrer Größe vor der Vernichtung bewahrt, wurden jedoch schwer verwüstet. Antriebsstationen und Bergenholm-Generatoren zerschmolzen in Sekundenbruchteilen zu nutzlosen Metallhaufen, sodass die Planeten zu ungefährlichen Himmelskörpern wurden. Auch die Negativsphäre vermochte der unvorstellbare Strahl außer Gefecht zu setzen. Ihre Antimasse verringerte sich natürlich nicht, er vergrößerte sie sich noch, aber ohne Leitstationen war sie mehr eine Gefahr für die überlebenden boskonischen Schiffe als für die Patrouilleneinheiten. Einige Negativbomben kollidierten sogar mit freitreibenden Geschossplaneten und gingen in ihnen auf, wobei sie eine gefährliche Strahlung freisetzten. Als der Strahl erlosch, erstrahlte Clovias Sonne im alten Glanz. Der Sonnenprojektor ist seiner Natur nach eine unbewegliche Waffe, die nur beschränkt eingesetzt werden kann. Ihre Arbeit war daher schnell getan. Jetzt waren die Vereinten Flotten am Zuge. Da die Schlacht um Clovia seitdem unzählige Male in allen Schulen der Zivilisation nachvollzogen worden ist, ist es nicht erforderlich, an dieser Stelle noch einmal auf die Einzelheiten einzugehen. Jedenfalls handelte es sich um einen einzigartigen Kampf. Um eine Schlacht ohne Beispiel. Sie unterschied sich so sehr von allen herkömmlichen Raumkämpfen, dass sich die Strategen immer wieder für sie interessiert haben. Im Grunde ist im All ein direkter Kampf unmöglich, doch bei der Schlacht um Clovia war alles anders. Mit der überraschenden Vernichtung eines großen Teiles der Flotte löste sich die boskonische Formation auf. Die Offiziere wussten, dass sie von ihrem Flaggschiff keine Befehle mehr erwarten konnten und dass ihre Lage hoffnungslos war. Die Kommandanten der einzelnen Schiffe nahmen ihr Schicksal in die eigenen Hände und gingen zum Angriff über, wie es ihnen gefiel. Das Ergebnis war derart fantastisch, dass die Kommandozentrale der Z9M9Z praktisch außer Gefecht gesetzt war. Das vollkommenste Navigationssystem vermochte nichts gegen einen Gegner auszurichten, der auf einem Einzelkampf bestand. Und so entwickelte sich ein heilloses Durcheinander, dem die leitenden Offiziere hilflos zusehen mussten. Abseits vom Kampfgeschehen lag das boskonische Flaggschiff, in deren Kommandozentrale Kinnison langsam wieder zu sich kam. Vorsichtig richtete er sich auf und betastete seinen Kopf. Es schien alles in Ordnung zu sein. Er fühlte sich nur unendlich schwach. Auch seine Lenz schien diese Schwäche zu spüren, denn sie leuchtete kaum. Der Kampf hatte ihn ausgelaugt. Er konnte sich glücklich schätzen, dass er noch am Leben war. Jetzt musste er zuerst dafür sorgen, dass er wieder auf die Beine kam, denn in diesem Zustand war er praktisch wehrlos. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass ihm der ohnmächtige Pfosten noch nicht gefährlich werden konnte, begab sich der Lenz-Träger in die Kombüse und briet sich ein dickes, saftiges Steak. Eine Tasse Kaffee vertrieb schließlich seine Kopfschmerzen. Auf diese Weise gestärkt, setzte er sich mit Mentor von Aresia in Verbindung. Was hat ein Aresia in der zweiten Galaxis zu suchen, der zudem noch gegen die Patrouille arbeitet? fragte er erregt und berichtete von den Ereignissen der letzten Stunden. Ich muss gestehen, Kinnissen von der Erde, dass ich ihre Frage nicht sofort beantworten kann, meldete sich Mentor mit der ihm eigenen Ruhe. Es steht leider nicht im Einklang mit unserer augenblicklichen kosmischen Vision, dass sich ein Aresia in der zweiten Galaxis aufhält und der galaktischen Patrouille feindlich gesinnt ist. Sind Sie sicher, dass das bewusstlose Wesen wirklich ein Aresia ist? Ganz sicher, erwiderte Kinnissen und projizierte das Bild Pfostens in das Bewusstsein des Aresias. Sie haben recht, Jüngling, es dürfte sich um einen Aresia handeln, sagte Mentor schließlich. Er scheint jedoch sehr alt zu sein, fast so alt wie ich. Da ich bisher der Meinung gewesen bin, jedes Mitglied meiner Rasse zu kennen, werde ich mich eingehend mit dem Problem beschäftigen müssen. Bitte geben Sie mir etwas Zeit. Und der Aresia schwieg. Ich habe es, sagte er nach einigen Minuten. Vor vielen Millionen Jahren, vor so vielen Jahren, dass die Erinnerung nur ganz undeutlich ist, weil ich selbst kaum dem Babyalter entwachsen war, verschwand ein Jugendlicher meines Alters. Man war damals der Meinung, dass es sich um einen Ausgestoßenen, um einen Wahnsinnigen handelte. Und da sich das Verhalten eines krankhaften Geistes nicht vorhersehen lässt, ist es nicht überraschend, dass dieser Jugendliche in meiner kosmischen Vision nicht mehr enthalten ist und ich ihn daher auch nicht wiedererkenne. Nun, sind Sie nicht überrascht, dass ich ihn besiegt habe? Fragte Kenerson naiv. Er war der Ansicht, dass ihm Mentor eigentlich ein Lob aussprechen müsse, dass er einige ermunternde Schläge auf die Schulter verdient hätte. Nein. Erwiderte Mentor entschieden. Sie haben eine gewisse Willenskraft, eine starke geistige und psychologische Stärke, Fähigkeiten, die Sie nicht selbst beurteilen können. Ich wusste von diesen schlummernden Talenten, als ich ihre Lenz gestaltete und allein die Lenz ist für das verantwortlich, was Sie heute sind. Na gut, lassen wir das. Äh, was soll ich mit ihm machen? Wir wollen ihn nicht, erwiderte Mentor tonlos. Er ist in unserer Gemeinschaft nicht mehr willkommen und hat auch das Recht auf einen Platz im allumfassenden Sein verwirkt. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Sie sollten ihn vernichten, ehe er das Bewusstsein wieder erlangt und seine Fähigkeiten vielleicht wieder gegen sie richtet. Und die Verbindung wurde unterbrochen. Kenerson zog seine Strahlenpistole und vollzog das Todesurteil. Wenig später stellte er fest, dass auf einer der Kommunikationsschalltafeln ein Licht brannte. Sein Kampf mit Pfosten schien länger gedauert zu haben, als er angenommen hatte. Die Schlacht um Clovia musste längst vorüber sein. Und das war tatsächlich der Fall. Während eine Anzahl Patrouillenschiffe der Aufforderung zum Einzelkampf freiwillig oder gezwungenermaßen gefolgt war, hatten viele Einheiten ihre Position gehalten. Obwohl die wirksame Steuerung einer solchen Vielzahl von selbstständig operierenden Schiffen natürlich unmöglich war, hatten Haynes und seine Gehilfen bald eine Spezialtechnik entwickelt, die es den einzelnen Schiffen vorschrieb, sich nur an gleich starken oder schwächeren Gegnern festzuklammern und größere Einheiten auf jeden Fall zu meiden. Wenn der Gegner besiegt werden konnte, war es gut. Wenn nicht, sollte der Griff nicht gelöst werden, bis einer der Zerstörer herangekommen war, die im Augenblick keinen Gegner zu fürchten hatten und deren tödliche Primärbatterien jedem Kampf schnell ein Ende machten. Und so kam es, dass Boskons gewaltige Flotte restlos vernichtet wurde. Die boskonischen Funkstörungen verstummten. Admiral Haynes, der es nicht wagte, seine Lens einzusetzen, begab sich an das Funkgerät und rief Kinison. Und je länger er auf eine Antwort warten musste, desto besorgter wurde sein Gesicht. Als er sich gerade entschließen wollte, den freien Lens-Träger doch über seine Lens anzusprechen, erschien das lächelnde Gesicht des Mannes auf dem Bildschirm, den er schon tot geglaubt hatte. Dank sei Klono, rief Haynes und lebte sichtlich auf. Klono sei Dank, dass Sie am Leben sind. Haben Sie's geschafft? Geschafft, ja. Aber praktisch in der letzten Sekunde. Ich habe es mit Boskons persönlich zu tun bekommen, Admiral. Unser Problem ist gelöst. Wie steht es bei Ihnen? Ebenfalls. Keine Probleme mehr. Na dann los! Und die vereinigten Flotten der galaktischen Zivilisation setzten sich in Bewegung. Die Z9M9Z tauchte neben dem einsam im Raum schwebenden boskonischen Flaggschiff auf und passte mit strahlenden Projektoren ihre Ursprungsgeschwindigkeit an. Traktor und Pressstrahlen flammten auf und verbanden die beiden Schiffe miteinander. Durch flexible Tunnel gingen hunderte von Männern in voller tralischer Uniform an Bord des verwaisten Schiffes. Weitere Schlachtschiffe nahmen nacheinander die Position der Z9M9Z ein und brachten weitere Soldaten. Die 3000 Soldaten, die sich schließlich an Bord des Flaggschiffes befanden, gehörten fast ausschließlich der menschlichen Rasse an, sodass sie auf den ersten Blick als Tralier gelten konnten. Ein großer Prozentsatz bestand aus Lenzträgern, die jedoch das Zeichen ihrer Würde nicht offen am Handgelenk trugen, sondern hoch am Arm, verborgen unter dem Stoff der Uniform. Das gekaperte Flaggschiff, die Z9M9Z und die anderen Schiffe, die ihre Ursprungsgeschwindigkeit bereits angepasst hatten, umgaben sich nun mit hellroten Energieschirmen und entfernten sich voneinander. Auf ein Zeichen folgte die übrige Flotte ihrem Beispiel und passte mit flammenden Projektoren ihre Ursprungsgeschwindigkeit an. Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, ging die gewaltige Flotte wieder in Formation – in eine Formation, die allerdings nicht für einen Kampf gedacht war. Traskar Ganel hatte bereits eine Botschaft an seine Hauptstadt durchgegeben, die zwar der Wahrheit entsprach, die aber doch sehr irreführend war. Meine Streitkräfte haben gesiegt, mein Gegner ist bis zum letzten Mann vernichtet. Bereiten Sie eine Simultanübertragung für Trale und Onlo um 10 Uhr Palastzeit vor. Die Flotte sollte also im Triumphzug in das Tralische Sonnensystem einfliegen, als Streitmacht, die im Bewusstsein ihrer Kampfstärke den Jubel der Bevölkerung entgegennehmen wollte. Weit vor den anderen Einheiten schwebte das Flaggschiff. Auf Trale entstanden war es der Lockvogel, der jedem Tralier vertraut sein musste. Es folgten die Flottenverbände, zu einer spektakulären Formation auseinandergezogen, die sich diesmal nicht nach Schiffstypen, sondern nach den Heimatplaneten orientierte, sodass die einzelnen Verbände aus einem oder zwei Zerstörern, sechs bis zwölf Schlachtschiffen und einer entsprechenden Zahl von Kreuzern und Beobachtungsschiffen bestanden. An dieser Formation nahmen natürlich nicht sämtliche Patrouillenschiffe teil, denn es wäre ein ungeschickter Schachzug gewesen, die boskonische Flotte mit mehr Schiffen zurückkehren zu lassen, als ursprünglich gestartet waren. Außerdem durfte sich die Z9M9Z, die aufgrund ihrer besonderen Form jedem Bosconier auffallen musste, nicht in der Nähe Trales sehen lassen. Sie blieb also weit zurück, umgeben von den Raumern, die in der Formation keinen Platz gefunden hatten. Die Teilflotte, die ursprünglich von Trale gestartet war, konnte natürlich ohne weiteres wieder landen. Die Unterschiede in den Schiffstypen und den Kennzeichnungen würden dabei hoffentlich erst zutage treten, wenn es für die Bosconier zu spät war, wenn die Schiffe der Patrouille bereits gelandet waren. Die zehnte Stunde rückte heran und Kinnerson verwandelte sich wieder in Tresca Gennel, den Tyrannen von Tral. Als er die Hand hob, begann das Objekt vor ihm zu glühen und sein Bild erschien auf Millionen von Tralischen und onlonianischen Bildschirmen. Er schwieg zunächst, um seinen Untertanen Gelegenheit zu geben, die markanten Gesichtszüge ihres Herrschers zu bewundern. Die Tatsache, dass die Kamera jede Einzelheit des Raumers hinter ihm enthüllte, machte ihm keine Sorgen. Tresca Gennels Gesicht beherrschte das Bild und in der Gegenwart des allmächtigen Herrschers durfte es natürlich kein Besatzungsmitglied wagen, der Kamera auch nur das Halbprofil zuzuwenden. Mein Volk begann Gennel schließlich. Wie Sie bereits wissen, haben meine Streitkräfte den triumphalen Sieg errungen, den meine Umsicht und meine Führerschaft letztlich unvermeidlich machten. Dieser Meilenstein des Fortschritts ist nur eine Wiederholung von Erfolgen, wie ich sie in kleinerem Rahmen schon oft errungen habe. Eine Fortsetzung meiner sorgfältig vorbereiteten Politik, die die Erfüllung meines Planes zum Ziele hat. Zu diesem Plan gehörte es, den Schwächling Elkan zu stürzen und anstelle seiner kurzsichtigen, korrumpierten, habgierigen und gewaltsamen Herrschaft ein faires Regime zu errichten, unter dem alle Wesen zum gemeinsamen Wohle zusammenarbeiten können. Das habe ich getan. Nun ist der nächste wichtige Schritt erfolgt. Ich habe die Streitkräfte des Gegners vernichtet, der sich der Weiterentwicklung und der Erfüllung meines Planes in den Weg gestellt hätte. Die nächste Maßnahme wird bei meiner Rückkehr in den Palast erfolgen. Es wäre mühsig, Ihnen jetzt Einzelheiten zu verraten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich nach der Vernichtung meiner Gegner in der Lage bin, gewisse politische, verwaltungstechnische und juristische Veränderungen vorzunehmen. Ich darf Ihnen versichern, dass diese Veränderungen dem Wohle aller dienen und sich nur für die Feinde der Gesellschaft verhängnisvoll auswirken werden. Ich ersuche Sie daher um Ihre Unterstützung, die Sie, insbesondere meinen Offizieren, in der Ausübung Ihres Amtes gewähren wollen. Lassen Sie sich nicht dadurch beunruhigen, dass ich Maßnahmen anordne, die auf Trale bisher unüblich gewesen sind. Wer mein Vorgehen unterstützt, kann mit einem ruhigen und gesicherten Lebensabend rechnen. Wer sich jedoch gegen mich stellt, wird meiner Willkür anheimfallen.